Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren Folge von Anime Erklärt. Ich bin Overear nicht und heute soll es um das Heer des Hexerkönigreiches gehen. Wir schauen uns heute also die einzelnen Heeresteile an, was sie können und was ihre Schwächen sind. Und da wir keine komplette Liste der Armee des Hexerkönigreiches erhalten haben, musste ich mir alles selber zusammenpuzzeln. Also wenn ich irgendetwas vergessen habe, sagt mir bitte Bescheid. Und bevor es losgeht nochmal der Hinweis, dass es sich hier um die Truppen des Hexerkönigreiches handelt und nicht um die der großen Gruft. Also zählen nur die Einheiten, die hauptsächlich dazu da sind, das Hexerkönigreich zu verteidigen und nicht die Gildenbasis. Und in diesem ersten Video soll es hauptsächlich um den Totenteil der Truppen gehen, bevor wir uns dann im zweiten Teil die nicht untoten Kämpfer anschauen und im dritten dann so ziemlich alle anderen Kräfte, die das Hexerkönigreich von sich aus mobilisieren kann. Etwa die Legionen des Varsalisierten Kaiserreiches. Und damit kommen wir zum Kern-Darmee, der untoten Truppe und ihren Eigenschaften. Zunächst mal, da Untote keinen Schlaf brauchen, nicht müde werden, sich keine Krankheiten einfangen können, immun gegen Kälte oder Gifte sind, keine Furcht fühlen, Befehle nicht hinterfragen oder verweigern und auch genau so ausführen, wie sie gegeben worden sind, sind sie erstmal extrem gute Soldaten. Besonders dann, wenn es um die logistischen Aspekte der Heeresleitung geht, da gerade Mittelalter und in der Antike die Versorgung eines Heeres mit ausreichend Nahrungsmitteln einen extremen logistischen Aufwand darstellte und beispielsweise die Kälte in den Alpen Hannibal seinen Elefanten gekostet hatte. Allerdings haben die Zombies und Skelette die zahlenmäßig am stärksten vertretenen Einheiten auch ein Intelligenzlevel knapp unter einem Stein beziehungsweise knapp über Remedios und Philippe, wenn sie von intelligenten Offizieren und Unteroffizieren befehligt werden. Des Weiteren teilen sich alle Untoten eine extreme Anfälligkeit für heilige Magie und Feuerschäden. Bedeutet man kann eine herannahende Armee zumindest vorübergehend aufhalten, wenn man Wälder in Brand steckt oder man könnte ihnen sogar eine Falle stellen, indem man nach einem Scheinkampf die eigene Hauptstadt fluchtartig verlässt, nur um sie dann niederzubrennen, während man selber und die eigenen Drachen komplett immun gegen Feuer sind. Meine Güte, ich schiebe halt immer noch Frust wegen Staffel 8. Und damit zu den Grundeinheiten der Armee, den Skeletten und den Zombies selbst. Sie sind vergleichbar mit regulärer Infanterie, aber sogar menschlicher Infanterie, unterlegen und ein ausgebildeter Soldat kann einige, wenn nicht gar Dutzende Skelette töten, bevor er selbst zu dessen Ausgangsmaterial wird. Allerdings können sie auch extrem leicht und extrem zahlreich erschaffen werden, nicht nur von Eins und Pandoras Actor, sondern beispielsweise auch von den Overlords der verbotenen Bibliothek Archibarnupal. Und wie heißt es so schön, Quantität hat eigene eigene Qualität. Und darüber hinaus stellen diese Untoten einen der größten Pools an Arbeitern dar, die die neue Welt jemals gesehen hat. Und da sie nicht müde werden, nicht schlafen oder essen müssen, jedweden Anweisungen aufs Wort folgen und entbehrlich sind, sind sie außerdem äußerst beliebte Arbeiter. Diese Omnipräsenz ermöglicht es ihnen auch, als effektive erste Antwort auf jede Art von Aufstand zu agieren. Im Grunde genommen sind es Besatzungsmächte, die man allerdings unbedingt auf seinem Land haben will, da sie einem bei der Ernte helfen. Allerdings ist diese Verteilung über alle nur möglichen Regionen des Hexerkönigreiches auch ihre derzeit größte Schwäche, da sie nur in erheblicher Überzahl gefährlich sind und erst zusammengezogen werden müssen, um als effektives Heer zu agieren. Auch erwähnenswert sind untote Geier und andere niedere untote Flugeinheiten, die leider viel zu wenig Erwähnung finden. Vor allem, weil sie eine untote und entbehrliche Luftwaffe darstellen. Weiter geht es mit dem Kern des untoten Heeres, den Death Knights. Sie sind legendäre Untote, die selbst Mitgliedern der schwarzen Schrift mächtig Probleme bereiten können. Und daher sind sie für so ziemlich alle anderen ein Todesurteil. Des Weiteren können sie auch nicht durch einen einzigen Angriff getötet werden, ausdauerlich grüßen. Und sie können eine begrenzte Zahl Squire-Zombies aus den getöteten Feinden ausheben, die wiederum selbst Feinde töten können und damit eine unbegrenzte Zahl normaler Zombies erschaffen. Bedeutet, dass einige tausend dieser Einheiten nicht nur ein ganzes Land ausradieren können, sondern auch erhebliche Teile der Bevölkerung dem eigenen Untoten Heer einverleiben. Und wer an dieser hartnäckige Infanterie Kern den Amboss stellt, stellen die Soul Eater den Hammer dar. Und zwischen den beiden kann so ziemlich jedes feindliche Heer der neuen Welt zerschlagen werden. Und nicht nur die bloße Aura dieser Pferde tötet, sie sind auch exzellente Fernkämpfer. Quasi berittene Bogenschützen, nur halt ohne den Bogenschützen. Und als Reiter der Death Knights sind sie darüber hinaus auch vor feindlichen Fernkampfangriffen einigermaßen geschützt, da der Death Knight alle Angriffe auf sich ziehen wird. Natürlich gibt es dennoch einige Probleme. Zum Beispiel sind einige Generäle und einige Adlige oftmals noch eine Stunde nach Beginn des Angriffes am Leben. Einfach, weil sie sich ganz weit hinter der Front befinden. Und deswegen gibt es Death Assassins. Das sind Assassinen, die dazu da sind, wichtige Führungspersonen zu töten. Und letzten Endes haben wir noch den Death Warrior. Eine Infanterieinheit, die zwar schwächer in der Verteidigung ist, als der Death Knight. Dafür aber auch über ein Angriffsfeld eines normalen Level 40 Wesens verfügt und damit feindliche Infanterieformationen problemlos aufbrechen kann. Sie verfügt im Gegensatz zum Death Knight überdies auch über Fernkampffähigkeiten, indem sie ihr Schwert werfen. Da sie ihr Schwert werfen kann, das dann augenblicklich später wieder in der eigenen Hand respawnen wird. Allerdings hat ungefähr die Hälfte dieses untoten Heeres auch einen großen Nachteil. Sie wurde von Pandora's Actor erschaffen und wenn dieser die Transformation zur Einzulgerung beendet, so frieren alle seinen erschaffenen Untoten augenblicklich ein und bewegen sich nicht mehr. Doch selbst wenn das Herr nur die halbe Stärke hat, ist es immer noch eine extrem mächtige Waffe. Was natürlich auch irgendwann die Frage aufwirft, woher bekommt Eins eigentlich all die Körper, für die nennen wir es mal Rekrutierung? Nun, nach dem Ende des 14. Bandes ist die Antwort relativ klar, Achtung Spoiler, der Großteil der Bevölkerung von Reastis wurde getötet und kehrte als Untote zurück, während Eins sich davor an der Katzeebene bediente und an verurteilten Schwerverbrechern. Und daher kommt wahrscheinlich der Löwenanteil der Streitkräfte am Friedhof von Irantel, der ein Viertel des Außenrings der Festungsstadt darstellt. Die Anzahl an verfügbaren Körpern ist auch der einzige limitierende Faktor der Heeresgröße. Denn jeder permanente der Welt der Lebenden verweilende Untote braucht einen seelentragenden Körper, um sich in ihr zu verankern. Die Seele scheint hierbei aber das Entscheidende zu sein, da Soul Eater, die keine Seele verschlungen haben, nach einiger Zeit wieder verschwinden, während Soul Eater, die eine Seele verzehrt haben, auf ewig in der Welt der Lebenden verbleiben können. Von daher kann man auch annehmen, dass Demi-Oak vermutet, dass sich eins denkt, dass die Bevölkerung der Lebenden gepflegt werden muss, um möglichst viele potenzielle Rekruten für Untote Einheiten zu haben. Würde zum Mann in Rot passen. Und im nächsten Video schauen wir uns dann die besonderen Untoten an, etwa die Elder Liches oder die Untoten Drachen. Und natürlich auch den lebendigen Teil der Streitkräfte. Aber für heute soll es das gewesen sein. Danke fürs Zuschauen, danke für die extrem guten Kommentare unter dem letzten Video. Schreibt mir hier auch gerne wieder eure Meinung zum Thema in die Kommentare und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, over and out. Bis dahin, okay, Gott ist gut, ein bisschen klar, weil esSC ist bei mir wieder